Der Sklavenaufstand in der Moral Der Sklavenmoral von vornherein Nein zu einem Außerhalb, zu einem Anders, zu einem Nicht-Selbst. Und dies Nein ist ihre schöpferische Tat, diese Umkehrung des wertesetzenden Blicks, diese notwendige Richtung nach außen statt zurück auf sich selber, gehört eben zum Ressentiment. Die Sklavenmoral bedarf, um zu entstehen, immer zuerst einer Gegen- und Außenwelt, sie bedarf physiologisch gesprochen äußerer Reize, um überhaupt zu agieren. Ihre Aktion ist von Grund aus Reaktion. Während der vornehme Mensch vor sich selbst mit Vertrauen und Offenheit lebt, so ist der Mensch des Ressentiments weder aufrichtig noch naiv, noch mit sich selber ehrlich und geradezu. Seine Seele schiebt, sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und Hintertüren. Alles Verrückte mutet ihn an als seine Welt, seine Sicherheit, sein Labsaal. Er versteht sich auf das Schweigen, das Nicht-Vergessen, das Warten, das vorläufige Sich-Verkleinern-Sich-Demütigen. Eine Rasse solcher Menschen des Ressentiments wird notwendig endlich klüger sein als irgendeine vornehme Rasse. Sie wird die Klugheit auch in ganz anderem Maße ehren, nämlich als eine Existenzbedingung ersten Ranges, während die Klugheit bei vornehmen Menschen leicht einen feinen Beigeschmack von Luxus und Raffinement an sich hat. Sie ist eben hier lange nicht so wesentlich als die vollkommene Funktionssicherheit der regulierenden, unbewussten Instinkte, oder selbst eine gewisse Unklugheit, etwa das Tapfere drauf losgehen, sei es auf die Gefahr, sei es auf den Feind, oder jene schwärmerische Plötzlichkeit von Zorn, Liebe, Ehrfurcht, Dankbarkeit und Rache, an der sich zu allen Zeiten die vornehmen Seelen wiedererkannt haben. Das Ressentiment des vornehmen Menschen, selbst wenn es an ihm auftritt, vollzieht und erschöpft sich nämlich in einer sofortigen Reaktion. Es vergiftet darum nicht. Andererseits tritt es in unzähligen Fällen gar nicht auf, wo es bei allen Schwachen und Ohnmächtigen unvermeidlich ist. Seine Feinde, seine Unfälle, seine Untaten selbst nicht lange ernst nehmen können, – das ist das Zeichen starker, voller Naturen, in denen ein Überschuss plastischer, nachbildender, ausheilender, auch vergessenmachender Kraft ist. Ein gutes Beispiel dafür aus der modernen Welt ist Mirabeau, welcher kein Gedächtnis für Insulte und Niederträchtigkeiten hatte, die man an ihm beging, und der nur deshalb nicht vergeben konnte, weil er vergaß. Ein solcher Mensch schüttelt eben viel Gewürm mit einem Ruck von sich, das sich bei anderen eingräbt. Hier allein ist auch das möglich, gesetzt, dass es überhaupt auf Erden möglich ist, die eigentliche Liebe zu seinen Feinden. Wie viel Ehrfurcht vor seinen Feinden hat schon ein vornehmer Mensch. Und eine solche Ehrfurcht ist schon eine Brücke zur Liebe. Er verlangt ja seinen Feind für sich als seine Auszeichnung. Er hält ja keinen anderen Feind aus als einen solchen, an dem nichts zu verachten und sehr viel zu ehren ist. Dagegen stelle man sich den Feind vor, wie ihn der Mensch des Ressentiments konzipiert. Und hier gerade ist seine Tat seine Schöpfung. Er hat den bösen Feind konzipiert, den bösen, und zwar als Grundbegriff, von dem aus er sich, als Nachbild und Gegenstück, nun auch noch einen guten ausdenkt, sich selbst. Er hat ihn nicht immer wieder, ich hatte auch noch einen guten ausdenkt, in der man sich mit ihm verabschieden, sondern in der man sich mit ihm mit ihm verabschieden,